Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen im schönen London, das uns heute mit traditionell englischem Wetter begrüßt. Es ist regnerisch, trotzdem sind wir gut drauf und wie immer auf der Suche nach Essen. Was ich heute auf jeden Fall probieren möchte, ist Fish and Chips. So richtiges Fish and Chips in London. Davon abgesehen befindet sich hinter uns ein legendärer Bagelladen. Ganz ehrlich, warum habe ich noch nie davon gehört? Den wir später auch noch probieren möchten und zwischendrin essen wir einfach alles, was wir zwischen die Finger bekommen. Da ist Feuer drin, weißt du, wie ich meine? Also wir starten das Video hier und später treffen wir uns wieder hier, um dort hinten einer der besten Bagels in London zu probieren. Und wir machen das, was sie am besten können, Essen. Viel Spaß dabei. Ich habe vor zwei Tagen zum ersten Mal Fish and Chips in London gegessen. War auf jeden Fall sehr lecker. Und heute sind wir auf der Suche nach Poppies, was anscheinend so einer der besten Fish and Chips Läden in London sein soll. Auch ein legendärer Laden, eine Institution hier in der Stadt. Dementsprechend, da vorne sollte der Laden eigentlich schon sein. Das sind so prominente Stühle. Hier Winston Churchill. Die sind reserviert für Churchill. Norman Wisdom kennt jeder. Ja, ja, also krass Dings, ey. Vera Lynn, also wer die nicht kennt. Da, Dame oder Dame. Von außen sieht das Restaurant auf jeden Fall schon genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Historisch. Eine Jukebox. Jede Menge Gegenstände hängen an der Wand und stehen in Regalen. Und auch die zwei Kollegen sind schon den Fisch am Vorbereiten. Und es liegen schon die ersten goldenen, frittierten Fischfilets in der Vitrine. Ja, 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 ja. Was ist denn Sprache? Ist nicht Joshua Lundentürkisch. Ist Lundentürkisch. Seinische Karte, oder? E-Mail-Eis. Sieht schon sehr amerikanisch aus, muss man sagen. Jetzt würde ich jeden Tag essen kommen, wahrscheinlich. Wenn es so schmeckt, wie wir den hatten, schon einmal im Livestream. Kort, eine Riesenportion, war sehr lecker. Wenn es jetzt hier noch besser ist, ist Game Over. Wo ist unser Baby? Kort oder Haddock? Ich weiß nicht, was Haddock ist. Die Türkei ist überall. Sie können sogar Fisch und Chips. Das kennen die nicht, ey. Vielleicht geben die auch Adana. Ich ja Adana, bitte. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht, was ich hätte? Was hätte? Nein, was hätte ich nicht genug, denn wir heute machen. Okay, kein Problem. Was hätte ich heute? Hedal. 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 Wigte. Hedal. Es ist das außerhalb des Händen. Schalter, Tasten, Hebel. All right, thank you. This is the best citizenship store you will find. Better than any? Yeah, one of the top best. He has won national awards every year. National award? Yeah, for the best citizenship. Here we go. Once you try, you want to come back. Nice. So we are at the right place? Yeah. Nice. You have heard it. National award. For the best fish and chips. Wow, wow. Very good. Very good, yeah? Very good. Can I put this one in the middle like that? Yes. I have one question. Why is here on the back of the chair a name? It's the name of the business. Ah, okay. I actually wanted to write the name here, who is here, but I can't do it. And I have always always pech. The fish and chips are in London. I hope you don't just need it and it's also so. But we will find it right out, if we are in this fish, which is definitely on this table, frittier, knusprig, like... Oh, you see like the fish from Venedig. Knusprig, frittier, goldbraun, with this just super-dimensional Pommes on the side. The one? Take it together. Welcome back, Very cute. I must say Shadow Giselle. A big fork. I have no clue, auch keine Pommes mehr. Weißt du, ich meine, das sind schon so Kartoffeln. Dementsprechend auf jeden Fall sehr lecker. Es fehlt ein bisschen Salz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Salzen und das mit dem Essig muss man immer selber machen. Deswegen, die würzen nicht wirklich rum. Und dann hier dieser Essig, von dem man auch ganz vorsichtig was über den Fisch gibt. Los geht's. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich mach das jetzt. Ihr wisst, was kommt. Wir könnten nichts dagegen tun. Crunchy. Der ist schon nochmal eine Ecke besser als das, was wir vor zwei Tagen hatten. Die Banane, die ist so leicht knusprig. Die ist nicht so fett und fettig, sondern die ist so... wird beiß drauf und die zerbricht und zerfällt und gröselt und verschwindet wieder am Mund. Getragen von diesem Fisch, der so schön saftig in der Mitte ist, zart. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesem Essen. Wir brauchen mehr Säure. Und Zitrone nicht zu vergessen. Und ich denke Remoulade. Ei, 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 ei. Der Geruch riecht schonmal sehr, sehr geil. Geilen Eigengeschmack. Hatte der andere nicht. Ich habe aber die Haut jetzt nicht erwischt zum Beispiel. Siehst du, es ist aus Versehen, ist die Haut jetzt geblieben. Der ist schon besser als der andere. Deutlich besser. Der andere war wie so ein Premium Fischstäbchen. Und der ist jetzt wirklich so ein Fischfilet. Ich finde, hier merkt man auch im Fisch nicht so richtig heftig, dass der durchfrittiert wurde. Sondern es ist immer noch Fisch. Du hast noch diesen Geschmack sauber frittiert wahrscheinlich. Sehr, sehr stark. Mayonnaise. Nichts geht über Malmese. Nichts. Ihr müsst schon zugeben, dass diese Spitze einfach der Biss ist, oder? Und direkt hinterher, diese einfach perfekt aufgeschnittene Essigurten. Bruder. Das könnte einer der besten Essigurten sein, die ich je gegessen habe. Ich schwöre. Die ist so leicht, die ist so süß-sauer. 30. Ja, Mann. Boah. Ist gut. Ist sehr, sehr gut. Wir machen so ein To-Go-Service und es sieht so aus, als hätten sie die Pommes in so einer Zeit. Schau mal, Christian. Das riecht steilisch. Ja, Leute. Guter Start muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal auf Ernst. Wir sind in London. Und nicht weit von hier ist der sogenannte Camden Market. Ein Markt. Das heißt, nach unserem deliziösen Frühstück spazieren wir jetzt dort ums Eck. Gehen in den Markt und essen einfach alles, was wir zwischen die Finger kriegen. Und haben einfach Spaß. Folgen Sie uns. Die nächste Station ist Camden Town. Ihr habt es gehört. Camden Town. Wir sind gleich da. Ja. Cheers. Ja, aber sein Finger tut weh. Er wollte eigentlich winken jetzt. Camden Market, where are you? Camden Market, where are you? Diese Straße bringt uns direkt zum Camden Market. Ich hoffe nur, dass der so ein kleines Dach hat. Wäre nicht schlecht. All you can eat. Von 9,80 lb. Let's go. Gehen wir? Nein. Ja Leute, ich glaube, ich sehe die ersten Stände. Wir sollten auch dort essen. Ich schwöre, ist cute, aber. Outside aber doch drinnen. Ja, Mann. Wir sind da. Wir sind da. Camden Market. Stand an Stand an Stand an Stand. We got a roof. Meine Kamera dankt uns auch. Dementsprechend, lasst uns loslegen. Ja. 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 Deinehängiges. Gespräch gangster break. Sehr gut. Sehr gut, gerade Henness. Es sind ganz Lieferste fest. Stimmt. Ein könnten variation. Der correlation ist sehr, sehr gut. Einen guten Flaggen. Du möchtest eine Anhörung für jede Type für入aten. Und ich sehe auch Samosas in der Vitrine liegen. So einen Samosa müssen wir uns jetzt kurz mitnehmen. Samosa. Was ist da drin? Chicken und Banis. Das ist ein Veggie mit Potatoes? Vielleicht, weil das ist ein Veggie, aber ich bin nicht sicher. Okay, ich nehme ein Veggie. Ein Veggie, ja. Wenn du etwas zu dippen hast, du hast es. Du hast einen Mango-Branis. Ja, Leute, die Samosa wird aufgewärmt. Und an der Theke stehen auf jeden Fall schon diverse Dips und Soßen inklusive Mango-Chutney. Was für mich die beste Kombination zu Samosas ist. Nicht dieser weiße Joghurt, sondern Mango-Chutney. Wenn du Chili möchtest, das ist ein sehr starkes. Chili Chili ist ein sehr starkes. Das ist heiß, das ist heiß. Das ist das, das ist medium. Das ist medium-hot? Medium, medium, medium Mango. Das ist Mango-Chutney. Das ist meine Sache. Ja. Das ist the good stuff, ne? Samosa, meine Damen und Herren. Gefüllt mit Veggie-Massel. Hot. Ich sag mal so, Geschmack ist sehr stark. Auch das Schutney-Bomben ist schön süß. Aber die Haut müsste knusslicher sein. Die ist durch das Wiederaufwärmen so Lätschig, so ein bisschen zäh. Leicht scharf, super indische Gewürzmischung, leichter Kümmelgeschmack in dieser Kartoffelmasse. Bio-Mantel von der Teigmasse ist, die frittiert wurde. Alles bombegeschmacklich. Aber die Haut müsste einfach geiler sein. Und eine Samosa steht und fällt. Auch wenn ich jetzt kein Inder bin und kein Samosa-Experte. Aber fällt und steht an dieser Schale außen rum. Aber es ist nicht kräftig. Ja, 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 kräftig. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir gehen weiter. Auf der Suche nach Essen. Wir brauchen jetzt so ein richtiges irgendwas, was ihr wisst schon. Polis Sausage. Feuerwurst. Alter, das ganze Gerät, oder was? Nur für euch. Ja, was soll ich euch sagen? Der Markt hat bisher noch nicht so überzeugt im hinteren Teil. Aber wir stehen gerade vor noch einem weiteren Bereich mit Wasser, mit einer schönen Brücke, mit Baum. Und ich würde sagen, noch mindestens 10, vielleicht 15 weiteren Essensständen. Mal schauen, was wir finden. Wir bleiben dran. Ja, Leute. Mac and Cheese. Let's go. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Wie ist es? Du möchtest es? Ja, gut. Okay, und was sind die Optionen? Ich will, ich will, ich will, aber es wird wirklich scherz. Es wird scherz. Es wird scherz. Es wird großartig. Es wird großartig. Du wirst es lieb. Du wirst es lieb. Du wirst es lieb. Du wirst es lieb. Es wird nicht mehr so viel zu worry about, man. Du wirst nicht mehr über das. Du wirst nicht mehr über das. Du wirst jetzt noch etwas scherz. Du wirst jetzt sehen, was passiert. Magik passiert. Magik passiert jetzt. Magik passiert jetzt. Let's make magic. Es wird auf jeden Fall für Pesto, Bruder. Basil Pesto, Baby Mozzarella, Baby Mozzarella Balls und semi-dried tomatoes. We take the with the Pesto. Pesto? No, the Pesto one. Ja, Lamey. Ready? Yes. There you go. Wow. Cheesy genug. Are you happy right now? Yes. Boss, could you please pay? Pay? For discount. I'll make it, boy. Give it the best one, yeah? You try it, then you tell me. No, no, it's good. Say the cheese. There is space for more, I think. Haha. Aha. No problem. You see, that's why I put a little bit less, but now it comes out. No problem. Okay. Okay. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. Mac and Cheese Green Pesto and Mozzarella Edition. With semi-dried tomatoes. Let's dig in. Einfach rein und rein, oder? Rein und rein, Bruder. Ihr seht, wie der Mozzarella mit dem Cheddar und dem anderen Käse eins wurde. More, 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 more. Hat's schon in sich. Gleich nochmal. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Und jeder kann sich vorstellen, wie das schmeckt. Bei Mac and Cheese kommt es eigentlich nur auf eins an. Und zwar, ob der Käse einfach geschmolzen ist und nicht klumpig. Einfach, das ist eine, einfach flüssiger Käse so. Einfach eine homogene Masse. Darauf kommt es an. Die Jungs haben das auf jeden Fall geschafft. Ich finde, der Käse könnte noch ein bisschen mehr Kick haben. So, noch ein bisschen aggressiver sein. Für meinen Geschmack. Aber Konsistenz passt. Nudeln passen. Und dieses Topping mit Pesto und den Tomaten und dem Mozzarella kommt auf jeden Fall sehr stark. Und diesen leichten Crunch, den du von diesen Crumble-Teilen bekommst. Wahnsinn. Mozzarella-Cheese mit Mac and Cheese. Cheese durchgespielt. Oh mein Gott. Boah. Kalter Mozzarella mit diesem heißen Cheese. Oh mein Gott. Schmeckt ein bisschen, also unerwartet anders, wie ich dachte. Ich habe gedacht, so ein anderer Käse ist sehr, sehr geil. Der schmeckt relativ mild und kink. Ja, ja, ja. Das ist nicht so. Ich weiß eh, was du meinst mit Kick. Das könnte so ein herberer Käse sein. Ein bisschen mehr Cheddar Porze. Hab ich. Ja. Oh mein Gott. Das ist nicht mal nur grünes Pesto, das ist so grünes Pesto-Öl. Oder? Eieiei. Und es bleibt auch schön haften an der Mer... Das einzige, was auf jeden Fall fehlt, ist der schwarze Pfeffer. Ich warte mal, ob die was haben. Guys, you have black pepper? Yeah. You have black pepper? No, you will pie. Should you pie? But that's white pepper. That's black pepper. No, white, white. That's white. Anyway, thank you. Gehen wir weiter. May I pause. Boah, das ist doch schwerer als ich dachte. Das ist auch nicht so einfach wie ich dachte. Die Kurve müsste ein bisschen schärfer sein. Mach mal den Rolltreppentrick auf der Rolltreppe. Unmöglich früher. Ich hab grad überlegt. Hahaha. Wer denkt, der kommt nach Hogwarts jetzt? Ich glaub, ich schaff's auch. Ja Leute, soviel zum Plattform 9 3 Viertel. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Guck mal, hier geht's wirklich zu 9 und 10. Also dort hinten wurde die... Die Szene gedreht. Ja. 8406 Bewertungen und davon 4,5 Sterne im Durchschnitt. Bagel Bake Brick Lane Bakery. Sieht sehr, sehr lecker aus, oder? Was sagst du? Das ist es. Und genau vor diesem Laden stehen wir gerade. Macht schon was her von außen. Wir haben wieder so einen Laden gefunden einfach. Sieht von außen schon wieder direkt aus wie der Cats Deli von London. Ich würde sagen, wir reden nicht lang um den heißen Bagel rum und gehen direkt rein. Naja, sieht stark aus, oder? Man spürt schon wieder, oder? Naja, es hat Power hier und Geschichte wahrscheinlich wieder. 24 Stunden, 7 Tage die Woche gibt es diese Bagels. Und hier gibt es auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, natürlich Bagels. Aber auch andere leckere Backwaren, die man schon in der Vitrine liegen sieht. Und auch die Karte. Sehr cool und auch voll günstig gefühlt. Also ein Plain Bagel kostet 40 Cent. Heißt das Cent? Pounds und Cent? Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. 40 Pennies. Der teuerste belegte Bagel für was für 3,30. Nein, 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 da oben gibt es noch den Salt Beef. Der Salt Beef Bagel ist auch der, für den die hier berühmt sind und den wir auch holen werden. Und der kostet 5,70. Das ist 7 Euro und du hast jetzt das Maximum, was du haben kannst. Das kann man locker bezahlen. Und ihr seht, dass er auf jeden Fall in solcher Stunde auf jeden Fall gut besucht ist. Und im Hintergrund kann man auch sehen, wie die Bagels gebacken werden. Hallo. Hallo. Wir können sehen, die Bagels kommen auf jeden Fall frisch aus der Maschine. Wahnsinn. Der eine Kollege hinten nimmt die Teigbälle, gibt sie in die Maschine und dann kommen sie am anderen Ende der Maschine wieder als Bagels. Ringe raus. Alright, thank you. You're welcome. Ich bekomme die Salt Beef Bagel. Du willst Mustard and Pickles? Ja. Und einen der Smoked Salmon Cream Cheese. Ein Moment. Was ist das? Brisket? Salty Beef, ja. Brisket. Brisket, nice. Es ist nicht das Salty. People denken das Salty ist das Salty, aber es ist nicht das Salty. Aber was machst du mit dem Beef? Es ist nur... Wir Bile es. Wir Bile es für ein paar Stunden. Wir haben ein paar Stunden zusammen. Wir haben ein paar Pottes, und wir Bile es und Bile es und Bile es. Das Salty. Nice. Ah, thank you very much. You're welcome. Let's try. Thank you. Thank you. Also, es ist nicht wie Katz, aber es ist ähnlich zu so einem Pastrami Sandwich. Geht in die gleiche Richtung. Thank you very much. Have a good day. You're welcome. Wir können auf keinen Fall draußen essen. Zu maximaler Weichheit bekochtes Brisket. Aufgeschnitten und zusammen mit Senf und Pickers auf einen weichen Bagel gelegt. Das sieht auf sowas so krass aus. Ich bin ehrlich. Du kannst ihn eh nicht komplett alleine aufessen. Ey, du wolltest dieses Lachs-Ding haben. Wow, 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 wow. Was sagt ihr zu diesem Bagel, Leute? Ich versuch mal zuallererst die Gurken gleichmäßig zu verteilen. Sonst ist beim ersten Biss gleich die ganze Gurke weg. Und dann falten wir das Ganze neu zusammen. Etwas pressen und rein. Ganz ehrlich, warum habe ich noch nie davon gehört? Ich habe heute zum ersten Mal von diesem Restaurant gehört. Mit diesem Bagel. Aber das macht so viel Sinn einfach. Bro, der Pfeffer ist einfach... Zwar was komplett anderes. Aber es ist einfach Katz Delikatessen von London. Mit dieser Gurke drauf, Bro. Und diesem scharfen Senf und dieser... Wow. Wow. Mh, mh. 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 Ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar besser ist als Katz. Ohne, dass ich jetzt übertreiben möchte. Nicht? Es ist schwer zu vergleichen auch, oder? Alter, geil. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es das Beste ist, was wir bisher in London gegessen haben. Und wahrscheinlich auch das Beste ist, dass es sein wird, was wir heute überhaupt in diesem Trip in London essen. Das wird nicht zu toppen sein. Der ist stark, der Bagel. Und auch der Preis ist stark. Der Laden ist stark. Und auch die Verkäuferin ist stark, muss man sagen. Hau rein, sonst zieh ich das weg. Was auch komisch ist, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so der History-Laden jetzt überhaupt, in dem wir bis jetzt sind. Und der Preis ist am niedrigsten. Geisteskrank. Ohhhhhhhhhh. Ich bin mir mit diesem Markt. Ich bin mir mit dem Markt. Ist der der Tisch? Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhh. Ich bin mir mit dem Beste. Ich bin der Löffer bereit. Oh mein Gott. Der Senf ist aber auch entgegen an mir drauf. Der Senf ist auch sehr süßig. Oh mein Gott. Der Senf ist aber auch entgegen an mir drauf. Der Senf ist auch sehr süßig. Ohne den würde es gar alles keinen Sinn machen, gell? Das ist der Beste, gell? Verhältlich. Ich mag Punkte verwerten, bitte eher von mir nicht. Aber das ist eine 10 von 10. Ganz klare 10 von 10. Kann man nicht besser machen. Wenn ich da wohnen würde. Wie er fett. Jeden Tag. Mit der die richtige Größe. Das ist der Bagel. Wenn du irgendwann, keine Ahnung, 23 Uhr. Du wirst eigentlich schon schlafen. Dann machst du so ein bisschen Hunger. Und du brauchst noch irgendein Ding einfach. Aber. Viele Sachen sind einfach zu viele oder zu wenig. Und das ist genau der, den du kurz holst. Isst und dann schläfst du ja ein Baby. Der Bagel ist schön weif. Hat auch eine schöne Teigigkeit. Ob euch das Wort gefällt oder nicht. Ist mir komplett egal. Aber er hat einfach. Der Teig stimmt einfach. Das Verhältnis zum Fleisch stimmt. Welches extrem zart. Einen schönen Salzgehalt hat. Einen schönen Kick hat. Und aufgefangen wird. Und abgebremst wird. Von diesen sauren Estributen. Und vom scharfen Senf. Alles zusammen. Er gibt einfach Sinn. Boiled Brisket. What the fuck. Noch eine kleine Überraschung. Haben wir geschenkt bekommen. Cheesecake, oder? Ja. Er sieht auf jeden Fall aus wie Cheesecake. Aber es könnte alles sein. Das ist so ein Quark Cheesecake. Das ist nicht so New York Cheese mäßig. Sondern es ist so Quark. Matt. Bangen. Ich habe versucht. Ich habe mich überlegt. Ob man so abweißen kann. Boah. Genau. Da ist Feuer drin. Weißt du wie ich mein? Der Power man. Eieiei. Ich liebe sie. Alle hier drin. Für dieses Essen. Das war. Besseres Ende hätte es nicht geben können. Sagt er ehrlich. Wow. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Es ist ein Cheesecake, oder? Danke. Danke. Ja. Alles ist gut. Sehr gut. Alles war sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Was sagst du? Brutaler Tag, oder? Bangen. 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 Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. London, Alter. Was geht ab? Ein sehr starker Tag. Sehr starkes Essen. Ich würde sagen, es hat stark angefangen. Dann ging es so ein bisschen. Und jetzt am Ende noch. Wirklich. Hat Spaß gemacht. Kuss geht raus. Bis morgen. Peace. Oh nein. Weitere. Wie geht's. Wie geht's? lang um den heißen bagel rum und gehen direkt rein der musste jetzt halt das war so gut für gute tipps in london just send me a message good morning london how are you 89 aber sie ist angekündigt für heute zumindest damit sich die shorts auch aus ach man sieht auf jeden fall auch wie die kollegen den fischhund zu bereiten die ersten nach und diese fritteusen station sieht auf und diese fritteusen frisbee tings kannst du nicht lassen knusprig fritziert gold braun ich glaube nicht es liegt noch zu dunkel aber es muss ich heller sein oder und hier gibt es auf jeden fall wie der name schon sagt natürlich bagels aber auch verschiedene andere leckere bäckereien bäcker zu maximaler weichheit verkochtes wir haben das essen gepepper milt versuch mal zu allererst die gurken gleichmäßig zu verteilen sonst habe ich mit dem ersten bis einfach die ganze gurke im mund der laden der laden ist stark noch die voll voll fer profit's raining is raining in it is kind of kind of rain in london